Halt es in Plane Sight, sie sagten. Halt es in Plane Sight. Halt es in Plane Sight. Nun, da geht mein Schmerz. Verdammt! Hä, das ist da drin? Hab ich doch jetzt gemacht. Hey, ich bin entschuldig. Du vermisst mich wahrscheinlich nicht. Aber du warst hier ein bisschen vor. Und ich sagte zu dir, hey, du bist nicht von hierher, oder? Und ich habe das einfach mit mir mitgebracht. Ich fühle mich so dumm, dass ich etwas so grundsätzliches und klischee sagen. Ich möchte nur noch eine Chance an. Halt es in Plane Sight, wenn du nicht mindest. Okay? Hey, du siehst du, wie du von hierher bist. Wie ist das? Die müssen wir machen. Hä, sind denn nochmal welche? gut dass das zum teil die verfolgt so da geht es auch noch weiter was ist da hinten los da unten kommen wieder welche auch Und zack, komm her! Hey, calm down, we don't need to shoot everybody! Das müssen wir jetzt ja alle platt gemacht haben, ne? Was zur hell ist das? Nie pull uns launch. Oh, das geht. Oh, ich will jetzt aber da rein. Oh, da ist auch Gift. Ja, aber mich, Alter, du bist ja nicht mal drin gewesen. Stell dich nicht so an. Hä? Oh, so schauen die Dinger aus, cool. Aber hatte ich das fangen können? Gegner zu erschießen und sie zu töten. Dass ich bei einem Angriff des Gegners nicht erwischen, das tut nur weh. Das sind seine Tipps. Okay, mehr habe ich nicht. Viel Glück da draußen. Also, okay. Ach so, ja, ich fange aneinander hoch. Hm, cool. Aber können diese armen Kisten-Aliens überhaupt was dafür? Ich muss mal wechseln. Oh, hey! Hm. Mein Name ist Mrs. Kalmers. Ich bin hier in Old Town. Ich war hier in Old Town. Es war nicht so an Old Town. Ich erinnere mich, wenn wir nur... ...Town. Sie veränderten Namen, wenn sie eine neue, bessere Stadt auf dem Boden auf dem Asteroid. Jetzt ist es New Town. Wir sind nicht New Town. Ich wünsche, dass wir New Town waren. Es ist nicht gut, fühlen, dass du alt bist. Sie callen mich Mrs. Kalmers, weil ich immer sehr, 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 sehr. Ich habe nur gesagt, Ich habe nur gesagt, ich bin hier unten, und habe genug Sip von meinen Tee. Ich habe fast zu sterben. Oh, wenn die Leute machen, natürlich bin ich echt, 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 sehr, 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 sehr. Ich störe zu dir, ich stehe es in den Einen. Ich schaue es hinein. Ich schaue es hinein. Ich stehe wirklich sehr, 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 sehr. Du wirst nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Mein scherzes, Mrs. Kalmers, Trick. Okay, ich störe sie nicht. Kann ich die eigentlich erwischen, wenn ich einfach... Mist Oh, schade, die, wo ich nicht abschießen kann oder darf, also da geht es einfach durch So, da geht es jetzt noch in Newtown, oder? Die haben doch gesagt, irgendwer wird sie umbringen Du hast uns gesagt, wir sollen sie umbringen Oh, du gehst nach Dregtown? Es ist viel cooler als Oldtown Oldtown ist ein leckeres Schmuck, ich will dir das sagen Ich liebe Oldtown Ich stehe hier einfach, zu sagen, wie viel Oldtown ist Das mache ich, das mache ich Das mache ich, das mache ich, das mache ich Das mache ich, das mache ich Oh, ich kann nicht Da ist ein Vögel drin Bin ich auch? Die G3 hat wirklich spruziert Dregtown Du kannst alles, was du willst Drogs? Natürlich Sex? Ja Das sind die only zwei Dinge, die ich mir denke Oh, warte, Laptops Du kannst Laptops, ich glaube Drogs, Sex und Laptops Das ist Dregtown, Baby Okay Also für Drogs, Sex und Laptops Gehe ich da runter Are you going to join the G3? You look tough I bet they love to have someone like you Dregtown 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 Okay, abwärts Are you looking for glory Then join the G3 cartel My name is Douglas The G3 chief of training and torture They go on that second bit for this ad This was just about the training Well, goddamn There's Douglas right there That's how you know we're in the right spot I want to know if we're talking about the G3 But this one is about how I love torturing It's not an ad for anything It's just like a reminder that part of my job is also torturing people Enemies of the G3 Random strangers who look at me funny Anybody I'll torture or whoever Doesn't matter to me I just love doing it Okay That's it for this one That's a wrap Aber die haben die vor der Übersetzung Hatten's ein bisschen überlegen sollen Weil Eigen sagt er ja Er tut einfach Leute Gern foltern Hey, I got a store here Come on, open and shop Puh, well That falls in our favor, huh? You know, I killed about any trouble In this area Why'd you even waste my fucking time? Items Get your items here Hey, I'm selling shit It ain't gonna last So come on, buy if you want it Stop buy if you need something Okay, da geht's dann auch einfach rein What's going on? I don't really care if they die We just have to Let's go We just have to Have fun out there, kids Wow, so this is what a G3 run city looks like Anyway, yeah I'm excited to join the G3 But I'm gonna miss my wife and six kids Oh yeah I had mine killed before I left So I wouldn't feel bad Wow, that's so smart I'll do that too I'm gonna kill my wife and six kids So I don't miss them So like I was saying, my brother told me Douglas is really good Okay, okay Geile Logik, Jungs Geile Logik Wir killen einfach die, die wir vermissen könnten Da müssen wir sie nicht vermissen Gibt's da irgendwas? Oh, was erzählt ihr? So like I was saying, my brother told me Douglas is really into torture Like sexually Does it matter? Yes, to me it needs to be sexual Why are you telling me this? I barely know you Oh, my bad Yeah, just sorta spilled out Well, now you know Do with it what you will I'm not doing anything with it Hey, wir können uns erst da kurzen If you touch me again, I'll flip out Ooh, thanks for touching me Stop it, those are my nipples Wolf, watch out, that's my elbow Careful, bud, I got diarrhea Don't touch me Hey, careful, I got a real loose ass Ooh, touch me again, touch me again I need it Don't touch me Eek, watch my nipples, they're sensitive Was zur Hölle, Alter, wer kommt auf solche Charaktere? Oh, ich hoffe, wir müssen uns nicht mit Douglas treffen Ja, jeez, der Mann schreit mich aus Er versucht Gary zu leben, in der Party letzte Nacht Er sollte er Honestlich, Gary ist ein Rassist Oh ja, Gary muss sein Leben zu leben, für sicher Nur, du weißt, es ist ein Zeit und ein Platz Vielleicht sollten wir nicht über diese Dinge überraschend sprechen Schau, ob ich da dann so Bist du auch so einer? Stop it, those are my nipples Oh, scheinbar gibt's da mehr von denen Don't touch me Die Stimme ist so geil Alter, die haben doch das halbe Spiel nur Gespräche aufgezeichnet, oder? Oh, sie haben mich überzeugt, wir sind in der G3 Achso Achso Achso, ich weiß, was sie gebaut haben Oh Mann, dieses Platz war viel besser, bevor die G3 in die G3 Es war viel Spaß, zu tun, zu tun, zu tun, bevor die Leute Deciden uns, wie wir brauchen, zu tun, zu tun Bitte nicht, ich werde explodieren Das ist nicht, was Porturine was supposed to be about, man Fuck it Wenn du mich wieder aufhören, werde ich deine Hände Oh Mann, wir haben einen touchy feely Öffne deine Augen, a**hole Was ist denn das eigentlich? Irgendein Zeichen kommt die ganze Zeit Entschuldigung Wenn du mich wieder aufhören, werde ich dich zu tun Beide, ich bin kontagierend Personal Raum Gib mir mir ein Platz, Spacewalker Please touch me again, ich brauche es Oh Mann, wir haben einen touchy feely Es gibt noch ein paar neue Rekruten jeden Tag Sie müssen durch diese Leute, wie ich durch eine Sleeve von Oreos Oh ja, ich habe ein paar mich selbst, ehrlich gesagt Ich kann sagen, ich bin ein paar, ein paar nogen Gorzos Coming hier, you know, taking our jobs Eating our Oreos Hey, why do you keep mentioning Oreos? Are they paying you or something? I have no idea what you're talking about, man I am in no way affiliated with Nabisco Or their parent company Montalese International Warte mal, rennst du still nicht, Oreos? Da noch irgendwas? Nein Da stehen noch zwei, was jetzt seid ihr? Ich bin in die G3 All meine Freunde sind und sie alle sterben So, Hot Stuff, warum bist du in die G3? Ich weiß nicht, das ist nur was wir machen Unsere ganze Rekruten Wir haben nur die G3 Das ist nur was wir machen Ja, das ist was wir alle machen Ich bin in die G3 Ich bin in die G3 Ich bin in die G3 Ja, Mann, unsere ganze Rekruten Wir sind in die G3 Ich bin in die G3 Aber die anderen 20%? Wir versuchen nur zu machen und sie sind auch Wir sind in die G3 Wir sind nur noch nicht Aber wir werden uns Wir haben noch ein paar Ich bin schon über mich Ich bin bereits aus dem in der Bühre Ich habe mit ihnen Ich bin in die G3 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 Ich bin Senator Thomas Michael Phillips und ich unterstütze Mothers Against Violence Diese Zone ist Teil der Mothers Against Violence-Treatie also hier keine Violence gefordert Take care Mütter gegen Gewalt Also, wie kam Mothers Against Violence aus? Nun, alle uns Moms hier in Dragtown zusammengekommen in der letzten Mama-Palooza und entschieden es wäre lustig ein paar kleine Sektoren wo wir nicht alle uns alle immer töten Wir haben nichts gegen gegen jemanden die Violence aber es ist einfach nicht unser Weg Also alle unsere Kinder sind in ihren 30ern also das ist nicht über sie Wir sind nicht wirklich egal, ob sie sterben wir werden nur Mögen sind die Violence haben Spaß auf ihre Kinder Ich bin Thomas Michael Phillips und ich unterstütze Mothers Against Violence Du warst alle letzte Nacht oder? Douglas Oh ja Der Mann war in der Hände wie ein voll grown Scrabulon die sind wie die Irish von Space in case du das nicht wissen Aber du weißt wir alle wissen Spaces Ja, verdammt ich will nicht Stereotypen aber ich bin 50 Pesos Douglas hat ein Scrabulisches Blut warte mal ich werde schauen in die kleine Sektoren wo wir uns nicht alle 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 Das ist so cool. Ich finde das mega geil. Ist hier was? Was hast du in mir? 3 Oh Na komm immer in die Bunde. Das ist einfach geil. Die mochen die anderen damit die dann auch irgendwann geasen. Die geasen Pride reden. Wo ist der kleine Pisser jetzt? Schau dass du deine Arsche losbringst. Da danke. Oh 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 Das waren die Kristalle von den Warpantrieben und Warpbasen. Oh 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 Jetzt sind ja auch schon immer dieselben Gegner. Also das Highlight von dem Spiel ist natürlich auf jeden Fall die Dialoge. Oh Und wer natürlich mit denen nichts anfangen kann, der hat dann eh schon von Anfang an verloren. Wir sind Mütter für Gewalt. Oh 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 Okay das kennen wir schon. Und woher haben sie die G3-Rekruter getragen? Ich glaube wir werden sie näher mit Douglas werden. Hm War nicht gerade eine Kiste? Oh Oh die hat 300 gegeben okay. Gelb gibt 300. oh no Oh. Was ist da? Hm. Wow. Fast rüber gesprungen. Muss ich mich jetzt dann aufschleudern oder so? Ja wahrscheinlich so, ne? Oh warte, da komm ich hoch. Muss gehen wir hin? Weihnachtsabend. Müssack Baby, sabbernder Julian. Okay. Trolling Julian, schau wir... Wir werden einfach mit dir gleich ziehen. Er sabbert, weil er so geil ist. Er ist wie ein Tex A Revolve Ding. Er sieht einen heißen Ausröder, schon fängt an zu sabbern, wie ein Comic-Hund und er wurde wie ein echter Hund kastriert. Okay. Oh shit. Entschuldigung. G3-Rekruten nur. Kein gelbem Anzug, kein Entwurf. Mach es. Verdammt. Okay. Wir müssen einen Weg finden, um zu kommen. Hey, hey. Du kannst mir vertrauen. Es ist gut. Ich bin vertrauen. Ich bin vertrauen. Ich bin vertrauen. Hey, hey da. Thanks for coming over here. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3 facilities? Yeah, I gotta get covered in goop. That's just how it goes. My staff's quality. So, yeah, you want some goop, right? Hey, it wouldn't be the first time I got gooped. Let's do this. Perfect. Head down the alley there and just, uh, let the magic happen. I guess. Uh, don't, don't worry. It first goops on me. Just tell all your buddies about it. I'm the goop guy. I do goop stuff. Oof. Oh, my God. Oh, gee. Oh, my God. Not ignore what I was thinking it would be. Oh, this fucking soul. Oh, my God. The smell. Oh, my God. I'm gonna fucking throw up. Okay, okay. I'm all right. Okay. Oh, my God. Hey, look at you. You're all gooped up. I gotta be honest. It won't last long. It's not the real stuff. You better be quick. Get in. Get out. Don't stay in there too long. Don't lollygag. Cause this stuff's gonna fall off. That's the goop guy promise. That's the guarantee. You're 18, right? By the way. Okay. Thank you. Let's just go. Let's just go. Oh, looky here. We got another gooped up G3 recruit. What's going on? I'm sorry. The G3 cartel is not responsible for any life-threatening injuries you may incur on these premises. But even if we were, we wouldn't give a shit. Who cares? I hope you get shot. Good luck. Thanks. Are you fucking kidding me? They have some whole thing prepared? Shut the fuck up. It's starting. Welcome, welcome, welcome. I'm sure you already know who I am, but for anyone living under a rock, I'm Douglas, G3 Chief of Training and Torture. And wouldn't you know it, I like to blur those lines a little. Training? Torture? What's the difference, I say? Look to your left. Now look to your right. Both of those people are gonna die today. You are about to jump right into an accurate warp-based simulation of what it'll look like to be on the real battlefield. And let me tell you, you're probably gonna die. But hey, if you don't, you get to join the G3. Big whoop. Alright, that's it. Lock and load, fuckers. Oh my god, is that- You saw that, right? I got torturing to do. That was a Gatleon. Douglas has a Gatleon. We gotta rescue her. Jesus, these fucking Mercoloids. Fuck, here we go. Shit, I hope it's not too difficult. So hope baby are eating, would we early? Daisy McVIDIA. jofxqi. So whenn CEO's doing their best, those people are bending over. How do our best uh what is americuno. And any non-como is getting hit by a tay fin? Yep, and I love to make a map of the A-inch. And getting on the map of science. My un-astenkin that shows a jatch nan 이� used to control of science. And being gifted about things. Yeah, it's a crazy sentiment. Bis zum nächsten Mal.